So und herzlich willkommen zurück, jawoller, jawoller, jawoller. Ja, wir dürfen den Super Tomek oder Typhoon auswählen. Äh, ich würde sagen, wir nehmen den Typhoon, oder? Der sieht natürlich auch übelst genial aus. Ach komm, wir nehmen den, den Typhoon, Leute. Jawoll. Und dann können wir aussuchen, entweder die 6 AA, dann können wir 6 Ziele gleichzeitig, oder 4 AA. A, 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 M. Wir nehmen diesmal 6 A, 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 M. 28 Munition und 26. Wir nehmen 28, jawoll. Die nehmen wir. Mission starten. Jawoll, laden, laden, laden. Wenn ein Gegner die DFM gegen die aktivieren, können sie die abgeschüttelt. Geschüttelten, indem sie abdrehen. Achso. Boah, du Scheiße, was ist das denn? Magic und Warwolf. Seine Nähe in sich Burj Khalifa. Ihr seid am Zug. Gerade rechtzeitig. Zum ersten Achtung. Action. Warwolf-Staffel Achtung. In der Gegend befindet sich ein Ziviltransporter mit Ausrüstung und Soldaten an Bord. Sie sind im Lande. Roger, Magic. Warwolf verstanden. Gas, lass den Transporter haben genug Platz zum Landen. Roger, hinterlegt oder fliegt. Ich fände oder so. Alter, ist der schwergängig. Also leckt mich an die Füße, Leute. Erfass in Richtung. Jawoll! Schissikowski, Alter. Boah, ernoten wir das Schießen. Alle Einheit. Ich krieg doch 10. Nicht in den Akkampf gehen. Nutzt Langstreckenwaffen. Oh ja. Oh, die wollen uns aber ganz schön ans Leder heute, Leute. Puh, check die Uhr. Geht die weg. Gracias, amigo. Passt du. Oh, da haben wir. Mal die Triebwerke öffnen. Nein, ab geht die Post, Alter. Ziel erfasst. Jö, jö, jö. Aber jetzt kriegen wir ihn aber, jetzt kriegen wir ihn aber, jetzt, jetzt aber, komm, jetzt. Papa, Mann. Du tritt dir in dein verlängertes... Du entkommst mir nicht. Alter, ist der gut. Ich muss erst mal hier meine Anpeilung wegbekommen. So, jawollah, jawollah, jawollah. Ich finde, das Mikro war wieder scheiße. Wenn ja, dann sorry dafür. Ja, pass. Oh, der hat ja gleich gekontert dagegen, oder was? Hey, Mann, aufreißen! Erfekt. Passt du. Friss den, Junge. Und den. Und die, Junge. Juhu, was geht ab, Jungs? Oh. Jetzt sind ja, ja. Ich bin mal am Meckern, die mit mir, ne? Oh, Leute, das ist ja ganz schlimm. Ich soll mal Top Gun gucken, ja, wenn er an dem Tower vorbeifliegt. Ja, und der seinen Kaffee über den... über seine Uniform kippt. Tja. Meiner. Ich hab das Ziel. Komm zu Papa. Passt du. Papa. Geh den... Ja, friss sechs Stück, Junge. Meiner weniger. Komm schon. Die Kabe hast du dir verdient. Komm her, komm. Komm zu Papa. Ziel erpasst. 100,4. Fein zerstört. Hehehe. Gute Schiffkörner. Haha. Heute ist nicht euer Tag. Erpresche am Schaum. Der will sich verpissen. Erpasst. Alle sechs. Heute. Tschüss, Sikowski, Baby. Pull up. Oh, der ist ausgewichen. Leder nicht dran. Zum Bremsen, ja. Ziel erpasst. So. Wuiui. Wuiui. Was der, gesagt. Absolut geil, das Spiel. Was ist denn Sache hier? Feindliche Jäger haben den Verteidigungsring durchbrochen. Fangt sie ab. Keine weiteren Bomber? Nicht auf dem Radar. Warwolf, greif die Jäger an. Roger. Wir wollen nicht vom Himmel. Das war, ich sehe ihn doch gar nicht. Die Lichtverhältnisse sind gerade ein bisschen... Erfass. Ein bisschen doof, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber ich dich, du kleines Arsch. Wir sind hinter dir. Friss die Leute. Gute Nacht. Gute Nacht, Marie. Geh nach Hause zu groß, Mama, du kleiner Sack. Da sind die nächsten zwei. Ich will nicht so viel die guten Raketen schon verbrauchen. Ich weiß nicht, was hier nach noch kommt. Oh, Alter, was war das? Nicht gut. Fox 3. Fox 3. Ein Teil, da wollen wir uns wirklich ins Leder. See you at the first. Yeah, voll genial, Alter. Alter, das ist so geil, das Spiel, das ist so ein übelstes Ding und am Anfang denkt man, ach, ist das wirklich so klasse, das Spiel, aber das haut einfach alles raus irgendwie. Jetzt haben wir ihn. Ja, voll, wieder ein Volltreffer, der... Scheiße, das war zu früh. Alter, was für eine Action, Alter, ich krieg hier doch schon wieder ein paar Mellen, Leute. Boah, da wollen wir uns einer als Leder. Also man muss wirklich sagen, die Russen vorher, die waren ja der absolute Burner. Aber diese hier, das ist jetzt schon wieder so... Nicht übertreiben, Macker. Sagt der. Scheiße. Scheiße. Ah, ich tut da, ich zieh. Oh, jetzt hab ich dich aber... Mit der MG runter, Junge, du kleiner... Feuer. Hahaha. Absolut geil, Leute. Absolut der Burner, das Spiel. Ransaugen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. tschüss Leute Kacknoobs Ich habe glaube ich am Anfang jetzt vorhin schon ein paar runter geholt jetzt will ich von hinten jetzt will ich so ein bisschen von hinten kommen Ziel erfasst Jawoll du mir nochmal auf den Sack gehen alter Alter komm mach doch mach doch die Attacke nein ich habe wieder C gedrückt Leute und nichts ist passiert das ist jetzt richtig übel erst war es hier oh lololol aber jetzt mit den Bombern dazu man musste ja unbedingt abfangen einer ist wenig wir haben hier eine Stadt zu beschützen sonst ergibt sich der gesamte Nahe Osten diesen Erfressern wir fangen sie vor der Stadt Schiessikowski da haben wir schon die ersten oder die nächsten warwolf stappel ladet die Kampfinformationen auf eure Systeme komm warwolf 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 bis dahin nein wir können auch sondern ja ich habe ja warwolf warwolf erste Alle Kontakte eliminiert. Schon, dass sie sich verrinden. Einmal gimpen muss ich, glaube ich, immer. Konzentrier dich, Guts. Roger. Warwolf, weitere Kontakte nähern sich von Felsen. Tank sie ab. Warwolf. Fox 3. Ich glaube, das war Blödsinn, was ich gerade gemacht habe. Schuh, Baby. Schuh. Geht's? Meiner. Hallo. Komm zu Papi, komm. Das ist ein fettes Busschen. Komm, ich mach dir einen Knutschleck. Komm her, komm. Da kriegst du einen. Oh. Er will nicht sterben, Leute. Er will nicht sterben. Ein Zivilschubzeug startet gerade. Walter. Verstand. Was denkt ihr denn? Jawohl. Das ist ein VIP-Evakuierungsflug. Ist etwas spät dran. Der soll fast stimmen, bevor er abgeschwappen wird. Jawohl. Ihr könnt jetzt die Feinde angreifen, aber achtet auf das Zivilschubzeug. Zivilschubzeug. Roger, Magic. Verstanden. Und schiff, Baby. Die Hälte der Ziele wurde zerstört.